Hallo zusammen, heute morgen hole ich mein Flügelhorn ab beim Bläserstudio in Koblenz. Das wurde jetzt mal auf Vordermann gebracht, einmal ganz kurz ohne Maske und hier haben wir den Inhaber vom Bläserstudio. Auch mal kurz ohne Maske, mit großem Abstand. Guten Morgen, ich bin der Robert Klein. Wir haben das Flügelhorn wieder instand gesetzt, die Maschine gangbar gemacht, alle Züge wieder gefettet und gehölt, so dass der Alois da wieder wunderbar loslegen kann und wunderbare Musik nicht nur auf dem Keyboard, sondern auch auf seinem Flügelhorn machen kann. Super, also toll, wenn was sein sollte. Im Moment geht das relativ schnell. In wenigen Tagen war mein Flügelhorn auf Vordermann gebracht, zu einem guten Preis. Bis demnächst. Tschüss. So läuft. Flügelhorn ist wieder ganz. Flügelhorn 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.